Freunde der leichten Unterhaltung, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der aufmerksame Zuschauer wird ja wissen, dass ich auch den Kanal von Fotoköster betreue, also den Social Media Bereich im Sinne von YouTube etc. Und ich wurde vor einigen Wochen eingeladen über Fotoköster von Sony, dass ich an einem ganz speziellen Event teilnehmen durfte. Ich durfte in die Türkei fliegen und am Event der neuen Sony Alpha 9 Mark III teilnehmen und mir diese Kamera vorab einmal anschauen. Und wer das nicht weiß, die neue 9 Mark III von Sony, ja, die kann tatsächlich 120 Bilder, also Fotos pro Sekunde schießen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen so, ja, Moment mal ganz kurz, das können auch andere Kameras auch. Allerdings kann die Sony das tatsächlich ein bisschen besser, denn die Nikon zum Beispiel kann das nur in JPEG und dann auch in einer kleinen komprimierten Form, also auflösungstechnisch. Die Sony macht das in der vollen Auflösung, also mit 24,6 Megapixeln und dank des Global Shutters dann auch ohne Rolling Shutter Effekt und wie gesagt 120 Bilder pro Sekunde in einer vollen Auflösung in RAW. Aber ja, da müssen natürlich eine ganze Menge Daten geschrieben werden und die müssen auch irgendwo gespeichert werden. Und genau da braucht man dann eine ganz spezielle Speicherkarte. Bei Sony sind das die CF Express Typ A Karten. Und hier ist es so, ja, die sind relativ kostspielig. Bis jetzt. Denn Pergear, dieser Hersteller hier, macht CF Express Typ A Karten für einen relativ guten Kurs. Ich habe mir so eine Karte besorgt, mal ausprobiert und getestet und möchte euch hier in diesem Video zeigen und sagen, was diese Karte so kann, was ich richtig geil finde und was ich irgendwie nicht ganz so geil finde. Aber dazu mehr in diesem Video. Also, los geht's! Ja, wie ihr es gerade eben schon gesehen habt, als ich diese Box hier hochgehalten habe mit der Karte, das Erste, was man hier so sieht, als ich das Ganze ausgepackt habe, war natürlich die Verpackung. Denn in der Regel kenne ich es so, dass egal welche Karten man kauft, also CF Express Typ A, B, C, hast du nicht gesehen, oder SD-Karten, dass diese immer irgendwie in so Plastik eingeschweißt sind. Das muss man dann entweder mühselig mit einer Schere aufschneiden oder irgendwo aufreißen. Man hat halt irgendwie so einen Plastikbomber vor sich liegen. Und darin enthalten ist dann die Speicherkarte. Hier bei Pergear ist das irgendwie ein bisschen anders, denn das ganze Konstrukt kommt in so einer ganz kleinen, dünnen Holzkiste sozusagen. Ähnlich wie so eine kleine Schatztor. Und das wirkt natürlich dann schon ein bisschen anders. Also irgendwie finde ich, da hat man schon das Gefühl, ich habe hier Qualität gekauft. Packt man dann diese Karte aus, hat man natürlich hier auch wieder so ein kleines Plastikding als Hülle, was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Und dann die Karte in der Hand. Und hier merkt man schon auf Anhieb, wow, das Ding ist aber verdammt klein. Und ja, das ist auch verdammt klein. Ich habe hier mal auf dem Tisch bei mir eine SD-Karte hingelegt, beziehungsweise die Größe einer SD-Karte. Jetzt hier in diesem Fall ist es ein SD-Kartenadapter. Und auch eine Micro-SD-Karte rechts daneben. Und ihr seht schon, diese CF-Express-Typ-A-Karte liegt größentechnisch irgendwo, ich sage mal, dazwischen. Ist also nochmal kleiner als eine SD-Karte. Die CF-Express-Typ-A-Karten gibt es bei Pergear übrigens mittlerweile in unterschiedlichen Kapazitäten. Nämlich, das lese ich mal eben ab, damit ich nichts Falsches sage, 80 GB, Standard- und Einstiegsklasse sozusagen. 260 GB, das ist die Karte, die ich jetzt hier habe, 520 GB und jetzt auch in einem Terabyte. Und das ist so eine Größe, wie ich sagen muss, ein Terabyte, damit kann ich erstmal eine Woche lang durcharbeiten, ohne mir überhaupt Gedanken machen zu müssen, dass ich irgendwie mein Speichermedium wechseln muss. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Pergear selbst gibt hier Lesegeschwindigkeiten von bis zu 880 MB pro Sekunde an und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 900 MB. Pergear gibt allerdings hier an, und zwar ganz offiziell, dass man hier mindestens eine Schreibgeschwindigkeit von 400 MB bekommt. Das ist auf jeden Fall schneller als eine SD-Karte. Darüber hinaus, und das finde ich richtig cool, gibt Pergear auf alle seine Speicherkarten 5 Jahre Garantie. Das machen andere Hersteller, soweit ich das weiß, nicht. Und wer sich jetzt fragt, was passt denn da überhaupt auf so eine Karte drauf? Also, was kann ich denn damit überhaupt machen? Wie viel ist denn überhaupt jetzt hier in meinem Fall 260 GB? Kann ich euch sagen, habe ich getestet, habe ich ausprobiert. Folgendes ist jetzt hier der Fall. Auch das lese ich ab, damit ich hier wieder nichts Falsches sage. Für die Fotografen unter euch, mit einer 260 GB CF-Express-Typ-A-Karte jetzt hier in diesem Fall, habe ich die Möglichkeit, 3.285 unkomprimierte Fotos in RAW zu fotografieren. Das ist verdammt viel, liebe Leute. Das ist für so eine tagesfüllende Hochzeit von morgens neun bis mitternachts. Ich glaube, so viele Fotos habe ich noch nie gemacht am Stück. Reicht. Wer allerdings doch ein bisschen mehr möchte und vielleicht nicht unbedingt in unkomprimiertem RAW fotografieren will, sondern zum Beispiel in komprimiertem RAW, der kann dann 6.089 Bilder damit machen. Also, wem das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und für den Videografen unter uns gibt es auch natürlich ein paar wichtige Faktoren, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Für 260 oder beziehungsweise mit einer 260 GB Karte kann ich zwei Stunden und zwölf Minuten in XAVCSI 4K aufnehmen. In 25 Frames übrigens. Also in der besten Qualität, die mir jetzt in meinem Fall meine Alpha 7 IV bietet. Übrigens, das funktioniert mit einer SD-Karte nicht, beziehungsweise nur eingeschränkt. Spätestens, wenn ich in 4K 50 aufnehmen möchte mit 4K SI, also All Eye, dann sagt die Kamera nämlich, äh, äh, ist nicht. Aber hier jetzt mit der CFexpress Typ A Karte auch das dann kein Problem, denn dann kann ich immer noch eine Stunde und sechs aufnehmen, jetzt hier in meinem Fall mit 50 Frames. Richtig cool. Ich nehme das ganz normale 4K, das heißt dann bei Sony XAVC S 4K, dann aber auch wieder hier in der bestmöglichen Auflösung beziehungsweise Einstellung. Und dann kann ich mit 260 GB drei Stunden und 52 aufnehmen. Also fast vier Stunden Videomaterial am Stück. Und wir alle wissen mittlerweile, dass die Alpha 7 IV tatsächlich auch diese vier Stunden am Stück aushalten könnte. Wäre dann nicht der Akku im Weg, denn der macht ja ungefähr nach zwei Stunden schlapp. Der Oberburner, ich nutze es allerdings nicht wirklich, der Oberburner allerdings ist Full HD, also mit 1080p XAVC S HD, heißt das hier bei Sony, in der besten Auflösung, mit 25 Frames, dann kann ich nämlich 10 Stunden und 18 aufnehmen. 10 Stunden? Also die Kamera lässt sich ja sogar auch per Strom betreiben, Dauerstrom, ne, mit einem Dummy zum Beispiel. Dann kann man locker mal eben schnell eine ganze, keine Ahnung, irgendeinen Vortrag auf einer Bühne oder so festhalten. Eine Moderation. Also, das lässt doch keine Wünsche übrig, oder? Und keine Wünsche übrig lässt natürlich auch die Alpha 7 IV, denn die kann ja auch 120 Frames, beziehungsweise in meinem Fall 100 Frames aufnehmen. Das allerdings dann auch nur in Full HD. Und dann schafft sie 5 Stunden 21. Wer das also braucht, auch möglich, geht, gar keine Probleme. 5 Stunden 21 durchgehende Videoaufnahme. Völlig crazy. Die Leute, die sich so ein bisschen mit Videotechnik und Fototechnik auskennen, die müssen sich auch früher oder später mit der Situation auseinandersetzen, was für eine Speicherkarte brauche ich denn? Und in der Regel, ich glaube, SanDisk ist uns alle ein Begriff. Die SanDisk-Karten sind super, sind gut, aber auch preislich teilweise relativ kostspielig. Hier die CFexpress Typ A-Karte natürlich richtig kostspielig, vor allen Dingen, wenn man die eigenen von Sony nimmt. Eine Sony Tough-Karte SD mit 128 GB V90, also das Schnellste, was man so kriegen kann, kostet 189 Euro. Das sind übrigens 1,48 Euro pro Gigabyte. Das finde ich schon recht heftig. Dagegen zum Beispiel eine Kingston-Karte, hier meine, eine Kingston 128 GB V90 kostet dann 90 Euro. Also nur 70 Cent pro Gigabyte. Das ist ein großer Unterschied, wie ich finde. Und von der Leistung her, im Großen und Ganzen das Gleiche. Ja, ich glaube, dass wenn ich hier mal eine Kingston-Karte nehme und dann mit dem Auto drüber fahre, könnte sein, dass die kaputt ist danach. Die Sony Tough-Karte bestimmt nicht. Aber wer macht das denn? Also wer fährt denn mit dem Auto über so eine Karte? Die CFexpress Typ A-Karte von Sony. Also die Tough-Karte von Sony. Kostet mit 160 GB Kapazität 330 Euro. Es gibt übrigens Hersteller, Prograde glaube ich, die sind noch teurer. Keine Ahnung warum. Sind die jetzt besser? Ich glaube nicht. Also es ist unverschämt. Und 330 Euro Sony Tough-Karte CFexpress Typ A würde bedeuten 2,06 Euro pro Gigabyte. Das ist mir definitiv zu teuer. Und liebe Leute, was soll ich sagen? Genau hier kommt Pergear ins Spiel. Denn diese Karte mit 260 GB, also nochmal 100 GB mehr, kostet nur 150 Euro. Das sind 58 Cent pro Gigabyte. Das muss erstmal einer nachmachen. Ich bekomme nicht nur viel mehr Gigabyte, also Speicherplatz, sondern das Ganze auch noch für viel weniger Geld. Und bevor ich das vergesse, möchte ich ganz kurz einschieben. Pergear macht nämlich auch CFexpress Typ B-Karten. Also für alle Canon oder Nikon Nutzer zum Beispiel. Und hier, das sind ja Kartensysteme, die generell etwas günstiger sind. Aber auch hier haut Pergear richtig einen raus. Eine 4 TB CFexpress Typ B-Karte kostet bei Pergear 950 Euro. Und jetzt denkt man erstmal, was? 1000 Euro für eine Speicherkarte? Ja, Moment, liebe Leute. Nochmal umgerechnet auf den Gigabyte kostet das Ding nämlich dann nur 28 Cent. Günstiger geht's nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen bei Pergear. Wirklich nicht. Weiß ich nicht. Aber die sind günstig. Und in meinem Test, jetzt die letzten 14 Tage, gar keine Probleme gehabt. Ich habe diese Karte jeden Tag benutzt. Für Fotos, für Videos, für alle meine Projekte. Alles war perfekt. Aber so wirklich perfekt. Und das ist ja das, was es eigentlich ausmacht und worauf es auch eigentlich ankommt. Ja klar, wir wollen alle sparen und wir haben alle keine Kohle. Aber was leisten denn jetzt diese Karten überhaupt? Wie ist denn da überhaupt die Performance? Und hier in meinem Test habe ich jetzt Folgendes ausprobiert. Ich selbst habe ein Sony-Kartenlesegerät. Hier habe ich einmal meine SD-Karte reingesteckt. Die Kingston V90 mit 300 MB. Und auch einmal die CF-Express-Typ-A-Karte von Pergear. Auf beiden Karten war immer die gleiche Datei. Ungefähr 21,17 GB groß. Und das gleiche Konzept habe ich auch nochmal gemacht mit dem Pergear-Kartenlesegerät. Das Teil hier ebenfalls einmal bestückt mit der CF-Express-Typ-A-Karte. Und einmal bestückt mit der SD-Karte. Und dann habe ich mal geguckt und das hier an meinem Rechner angeschlossen und dann auch hier immer an den schnellsten Anschluss, also Thunderbolt, geguckt, wie gut performen denn diese Karten. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Diese vier Konstellationen, die ich hatte, performen nämlich so. Und ihr seht schon hier, die beiden unteren Balken gehen relativ schnell durch. Natürlich, selbstverständlich handelt es sich hierbei um die jeweiligen CF-Express-Karten in den jeweiligen unterschiedlichen Kartenlesegeräten. Das Erste, und das war auch das, was ich eigentlich schon erhofft habe, ist natürlich, dass die CF-Karte von Pergear im Pergear-Kartenlesegerät am besten performt. Und das tut sie auch, wie man hier sehen kann. Knapp dahinter allerdings dann auch das Sony-Kartenlesegerät, was mich hier sehr überrascht hat, dass es hier überhaupt einen Unterschied gibt. Aber ja, der Unterschied, den es hier gibt, ist aber so gering, ganz ehrlich, das kann man mal gut vernachlässigen. Jetzt allerdings hat mich Folgendes überrascht, denn die Performance mit der SD-Karte ist bei dem Pergear-Gerät tatsächlich die langsamste Situation. Hier war das Sony-Kartenlesegerät wiederum schneller, mit, wie gesagt, der gleichen Dateigröße, mit der gleichen Datei, einem gleichen Anschluss vom Computer und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat das hier nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise einfach das Pergear-Gerät, der Pergear-Kartenleser, war hier am langsamsten. Übrigens ganz kurz, ich habe diese Tests dreimal durchlaufen lassen und habe dann jeweils den schnellsten von meinen Testergebnissen hier jetzt aufgeführt. Also das hat mich tatsächlich so ein bisschen verwundert und im SD-Kartenbereich gab es da jetzt 8-Sekunden-Unterschied bei, sagen wir mal, knappen 20 GB. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt irgendwie 40 oder 60 oder 80 oder 100 GB, dann sind das nicht mehr 8 Sekunden, sondern dann ist es schon fast eine ganze Minute. Das ist so ein bisschen groß, dieser Unterschied, wie ich finde. Die anderen 5 Sekunden, 4, 5 Sekunden, was das war, das kann man noch verschmerzen. Tendenziell muss ich aber ganz ehrlich sagen, natürlich und selbstverständlich ist eine CF-Express-Typ-A-Karte hier viel performanter als eine SD-Karte. Und gerade eben auch, was den Preis angeht, würde ich ganz stumpf mal behaupten, dass es viel, viel sinnvoller ist, sich eine CF-Express-Typ-A-Karte zu besorgen, sofern man eine Sony benutzt. Denn dieses Format passt, soweit ich das weiß, nur in Sony-Kameras. Warum sage ich das, dass ich das empfehlen würde und dass ich SD-Karten jetzt mittlerweile mal so anmeldig aussourcen würde, kann ich euch auch sagen. Denn, wo bin ich das denn aufgeschrieben? Hier, eine 260 GB, Achtung, 260 GB-Karte von Pergear, CF-Express-Typ-A, kostet, wie wir es gerade schon gesagt haben, 150 Euro. Das sind 58 Cent pro Gigabyte. Eine 260 bzw. 256 GB-Karte von Kingston hier kostet 190 Euro. Ist also teurer und langsamer. Also, nenn mir bitte einen Grund, warum man sich keine CF-Express-Typ-A-Karte kaufen sollte. Und ja, natürlich, auch das verstehe ich, die meisten Laptops, die meisten Computer haben natürlich in der Regel SD-Karten-Steckplätze irgendwo. Das macht natürlich vieles einfacher. Ich bin aber einfach langsamer unterwegs. Und liebe Leute, Zeit ist Geld. Oder? Also, in meiner Welt schon. Für mich ist das Kartensystem hier eine sensationell gute Alternative für die normale SD-Karte. Man muss allerdings auch sagen, zumindest hier bei meiner Alpha 7 IV, die hat ja einen SD-Karten-Steckplatz und einen CF-Karten-Steckplatz. Also, das sind ja Dual-Karten-Steckplätze, ähnlich wie das auch bei dem Sony-Kartenlesegerät ist. Hier kann ich ja beide Karten reinstecken. Also, einmal so die SD-Karte und einmal die CF-Express-Karte. Passt ja beides hier rein. Das geht übrigens bei einem Per-Gerät nicht. Dafür allerdings habe ich bei einem Per-Gerät zwei Karten-Steckplätze. So und so. Was mir jetzt ermöglichen würde, dass ich sogar zwei Karten gleichzeitig auslesen kann. Wäre auch wieder ein Vorteil. Übrigens, wer das wissen möchte, das Ding kostet nur ein Drittel im Vergleich zu dem Ding. Wobei ich auch sagen muss, dass das Ding... Hört ihr das? Oder das? Es ist ein Unterschied. Also, verarbeitungstechnisch hat hier das Sony gewonnen. Allerdings würde ich dafür jetzt dreimal mehr ausgeben. Gut, ist ein anderes Thema. Die Per-Ger-Karte macht einen verdammt guten Job und es gefällt mir total, mit dieser Karte zu arbeiten. Vor allem, weil ich weiß, dass ich jetzt keinerlei Beschränkungen mehr habe, wenn ich meine Kamera nutzen möchte. Egal, in welchen Modus ich sie versetze. Serienbildgeschwindigkeiten. Gut, meine Alpha 7 IV kann nur 10 Bilder pro Sekunde. Aber sollte ich mal eine andere Kamera haben, die das schneller kann, gar kein Problem. Ich habe also keinerlei Einschränkungen mehr. Und das für relativ wenig Geld. Dafür bekomme ich sehr viel Speicherplatz mehr. Also eigentlich eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Und genau aus diesem Grund, liebe Leute, ist das, was ich euch hier gezeigt habe, alles unten in der Videobeschreibung. Jetzt seit neuestem gibt es da unten einen sogenannten Link-Tree. Heißt das so? Ja, ich glaube schon. Der leitet euch auf meiner Webseite weiter. Da findet ihr dann alle Empfehlungen, alle Produkte von mir, die ich hier sozusagen immer wieder empfehle. Und wenn ihr da draufklickt, dann bekomme ich eine ganz kleine Provision. Das ist für euch nicht teurer. Ihr unterstützt meinen Kanal so ein bisschen. Und das finde ich natürlich richtig gut. Und übrigens Kanal unterstützen, drückt mal auf Abo, damit ihr zukünftig keine Informationen mehr rund um das Thema Fotografie, Videografie und was es da noch so gibt, verpasst. Könnte interessant sein. Spätestens im neuen Jahr gibt es auch wieder neue Kameras. Das kann ich auch schon sagen. Und auch neue Objektive. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Anklicken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.